Im Namen meiner Kollegen, der gleicher Einführer, von den heutigen Eingrungen und meiner Möglichkeit haben Sie heute bei unserer Präsentation begrüßen. Das ist heute, da wir uns ein ausreichendes armer Handwerksliegen. Ist sogar recht, jetzt hätte ich das jetzt gestopft, ganz schön, dass da noch die Kämmer sind, das ist unsere Veranstaltung. Was wir da präsentieren wollen, ist ganz klar, wir haben regionale Rohprodukte gemacht, das verordern wir Rohprodukte selber und sichern somit auch die Nachhaltigkeit in der Region. Es gibt sehr viele Industriewaren in der Region auch, die wir sehr gerne kaufen, also ganz billig sind. So billig können wir einfach nicht produzieren, das ist nicht auch nicht so, weil wir da tatsächlich ein Handwerk sind. Im Namen der Pfleischauer Gründer bedanke ich mich für euer Erscheinen. Freut mich, dass wir uns hier im Steckespark präsentieren dürfen mit unseren Armerprodukten. Lasst es euch gut schmecken, wenn es johls, es johls schmeckt, weil sonst muss ich wieder essen. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.